Schwierigkeitsgrad Wahnsinn. Ich habe den Eindruck, das wird nicht schwieriger, sondern einfach nur nerviger. Die Willow Street. Die Willow Street. Auch wer weiß, wie schnell der reagiert, Alter. Der bringt uns so eh um. Ich will was probieren. Er jagt mich. Was ist mit der Tür passiert? Entschuldigung. Was probiert? Was hast du gemacht, Alter? Was? Ihr habt die kaputt gemacht, guck mal. Ich bin doch... Ah, ist doch schon wieder. Wo? Im Hauptgang. Hallo. Greift übrigens gerade an. Yep. Bin tot. Ja, ich auch. War ne Mare. Yeah. Hier. Hinteres Schlaf. Nö. Im Keller wird's kühler. Bababa. Hier nicht. Bababa. Haha, da ist er. Oh. Guck mal neben dir. Nee. Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Sprich, wie alt bist du? Bist du freundlich? Bist du aggressiv? Bist du ein Hurensohn? Ich glaube, der will nicht. Der will gar nix. Das ist echt ein Opfer, Alter. Hast du ein Buch gemalt? Nö, kein Künstler. Was ein Wichsergeist, der ist ja so langweilig. Ist er ein böser Geist? Ja. Die Box? Ja. Deogen können wir aber nachprüfen. Ein Deogen hat einen einzigartigen Sound durchs Parabolmikrofon. Nicht durchs Parabol. Durch die... Sprechbox. Bist du hier? Deogen. Weg hier. Schwierigkeitsmodus Wahnsinn. Das war wahrscheinlich unser einziges Glück in den nächsten zehn Jahren mit dem Modus. Auf jeden Fall war's das. Wir probieren mal eine Runde vom Herausforderungsmodus. Wie ist das denn, der Löffel, der Ratze? Äh, der Sichi geht überhaupt nicht. Und ich glaube, im Keller... Was macht dich so sicher? Die Temperatur... Aber die steigt jetzt grad... Jetzt geht's wieder hoch. Hä? Geht's wieder runter. Hä? Ne, ich glaube, er ist in der Garage. Scheiße. Jagt er? Ne, jagt noch. Er kommt zu mir. Er hat mich. Oh nein. Nein! Er greift übrigens an. Ja, ich hab's gemerkt. Scheiße. Und er ist nicht in der Garage. Ich bin tot. Hier, noch ein Teller. Das ist höherprozentig ein Oni. Ganz klarer Oni. Ganz klar. Man, Shade. Wir hatten auch Pech. Ich hab runden Atem. So schwer ist das doch gar nicht. Äh, Kruzzi ist weg. Sehr gut. Es gibt eine Nullrunde. Ja, Ops. Wo bist du? Wo bist du? Kannst du das Licht auspusten? Die greift an. Die war nicht in der Küche, oder? Ne. Und sie kommt, glaube ich. Ja, bin tot. Die greift direkt an, wenn ich reingehe? Glaub's auch. Ja. Noch kannst du raus. Ah, ah. Geh ich doch mal mit Ultraviolett rein und mach mal einen Selbstmordattentrat jetzt. Oh, scheiße. Sie kommt, sie kommt. Wieso hatte ich Atem, als sie bei mir war? Ne, jetzt hab ich oben Atem. Warte mal. Lass mal auf Mimik. Außer, wenn die mich gleich jagt und der hat Nebel vor der Fresse, dann ist es der Hantu. Dann müssen wir ganz schnell auf Hantu wechseln. Los, Mädel, greif an. Ich bin bereit. Komm her. Ich sehe keinen Atem. Ich war mir auch nicht sicher. Mimik. Ihr blöder Fotze mit ihren Drecksorbs, Alter. Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Es ist so kalt. Es gibt's fett auf die Fresse. Oh, guck mal. Aktivität bei Null, Alter. Ja, was ein Lauch. Äh. Ja, ich denke, sie ist da. Ach, das bringt ja gar nichts da. Oh nein. Mit E. Nicht unser. Kruzifix. Licht. Bist du hier? Bist du hier? Bist du dort? Bist du weg? Spiel hier natt? Geforts? Negativ. Hätte ich gerade gejagt? Ja, die Tür ist zu. Sie ist noch unabhängig. Ja, ich sehe dich. Bin ich am Fenster. Hallo? Ich glaube, sie ist weg, oder? Kannst du die Tür öffnen? Ja, sie ist weg. Ah! Hier hat sie einen Ball geworfen. Oh fuck. Hehehe, die hässliche Schraubwelle. Und sie greift an in fünf, vier, drei, zwei. Ja? Achtung. Boah, Alter. Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Ja. Sie jagt? Nein, Tür ist offen. Ah, dann hat sie mich gerade angespuckt. Wie? Also, gespuckt, ne? Ah. Geil. Jagt er? Nein. Also, Moment. Nein. Ist auf Null. Bin tot. Oh, jetzt ging... Hä? Also behaupte, dass sie wäre gestorben. Dabei sitzt sie auf der Treppe und liest ein Buch. Oh ja, Achtung. Yep. Und ist sauschnell. Moroy. Welcome back. Candlelight Dinner. Aus dem Weg. Das ist ne Kerze. Yeah. Äh. Er ist schon aufgetaucht. Aber er wollte nicht angreifen. Er ist durchs Salz gelaufen. Und... Alter, wie... Oft macht denn der gerade Spookies? Willst du mich verarschen? Und jetzt angreifen? War ich ja? Ja. Das war ein Yokai. So, was ist denn los? Hm? Hm? Du Ficker? E-MF5. Ich hol direkt ne Kerze. Ah. Oh. Dots. Okay, let's go. Moment. Er greift an. Alter, ist er schnell. Ich glaube, es ist ne Raichu. Ich bin tot. Komm, wir sind doch Detektive, oder? Easy. Ah, du hast auch schon ein Buch drin. Dann mach ich mein Buch dafür. Ich bin tot. Gott, das scheißrunde, Alter. Holtergeist war ja klar. So, was ist hier los, hä? Ich hab ne neue Kamera aufgestellt. Die wird uns die Rätsel lösen. Greift mich an. Ich wills. Attack me. What the fuck? Dann müssten wir event sein. Wir sind so Versager. Oh, wir sind so gut. Plus 5000. Ja. Easy. So, wie Her. Und ich habe die Wedrift. Dinge. zinchen.